Hallihallo Leute, Netzer Gaming Bros hier mit Battlefield 3 in der Co-Mission und wow es geht sofort los. Keine Zeit für das Intro, wir müssen sofort loslegen und ich bin schon wieder auf. Jetzt noch her, ich hoffe dich gleich rettet. Servus, ich bin grad schon voll in Action. Holst du mich wieder? Ja, macht aber keinen Stress jetzt hier. Erstmal messen. Messern mich erstmal, genau. So. Okay, okay. Alles klar. Voll die Helis hier am Verteilen, da vorne liegt die Claimer. Ja, ich hab's gesehen. Oh, 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 was ist denn heute mit den Leuten los, dass die mich doch entmessern? Ich bin schon wohl da unten. Ui, der ist schön durch die Gegend geflogen. Ja, hab ich den gut getroffen? Ja, der ist von da bis zur Ecke geflogen. Ja, ich hab's gesehen. Soooo. Wir haben ja noch eine Pistole und... What the fuck? Nein, 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 nein. Sehr gut, danke. Bitte, bitte. Da kommen die durch die Tür, oder? Ja. Doch, durch die Tür. Was für ein Bodys hier? Es kommen noch welche, kommen noch welche, kommen noch welche. Achtung, drüben Sniper. Hey, Hocker an der rechten Wand. Ach, verdammt nochmal. Kann man, Mann, ey. Wie ist denn losgegangen? Kein Sniper sind oben. Ja. Kein Geschoss. Mit den Sniper lässt du dich also einfach... Wow. Ich bin jetzt links erstmal an dem. Okay, 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 okay. Wollt. Die Doha, hier legen wir mit. Oh, hier fickt eine Granate rein. Ach du Scheiße. Loll. Putz von der Decke. Ja, das ist normal hier bei Wettbewerb. Alter, ich verblendet, ich leh den. Der Typ da drüben nicht. Ach, die hat keine Rendition, die Waffe. Das ist so schlimm. Sind welche in den Ausgang an der Tür? Hab ich, hab ich, bin ich dabei. Alter, verdammt. Wow, kann er denn. Ja, mach mal links Jump jetzt. Musst mal so auf die andere Seite. Ich bin gleich durch, bin gleich durch. Alles klar. Bin durch. Wow, 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 wow. Schaff ich. Jo, wenn ich... Gut. Oh, wow, wow, wow. Sniper hier, alles da. Wow, wow, wow. Lassen wir die einfach, oder? Ja, lass doch diese Scheiß-Sniper da. Ah, ich geh schon mal runter. Ups. Boah, verdammt nochmal. Was jetzt? Ich bin so unten. Alter, ich bin tot, also da unten. Warum machst du sowas? Scheiße, ich hab keine Emotion mitgenommen. Weil ich bin gleich wieder da. Du schaffst es ja. Das ist nicht so wie bei Borderlands hier. Warum nimmt der keine Munitionskiste? Ah, danke. Hättest ja schon mal, bis wir hier rüber kommen können, weißt du? Ich wollte gerade droppen. Hast du ein paar Punkte Leech, ne? Ja, genau. Das ist in Ordnung. Das ist kein Problem. Yo! Synchron gestorben! Warum bin ich auch hinter dir hergelaufen? Was hat denn der jetzt auf uns geschossen? Der hat da mit RPGs geschossen. Ach, Typ. So, jetzt kannst du noch mal ordentlich in Thron. Geht er sofort los. Netzwerk Gaming Bros. Let's play! Hey, wird jetzt ein Flermow und es geht zu sterben. Heute mal noch Kete decken. Hinter dir liegt der Flermow. Ja, Claymow. Ich glaube, die kommen dann durch. Oh, mit Blinkkanade. Jawoll. Oh, der hängt schön im Fenster. Der hängt wunderschön im Fenster. Oh. Na, was ist denn bei der Granate los? Hallo? Geht die heute nicht mehr, oder wie? Oh nein! Handfeuerwaffe, Mann! Handfeuerwaffe! Einfach eiskalt auf die Handfeuerwaffe umschalten! Oho! Da kommt doch noch einer! Obwohl die tödlicher sind, sind unsere Waffen auch tödlicher. Das ist schön! Ich hab' dich doch gesehen! Oh, erstmal nachladen! Ja, warte, warte, warte. Machen wir gleich. Oh, gleich, haben wir gleich. Neun! Mist! Komm ich, komm ich, komm ich! Oh, 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 oh! Ich krieg Schüsse ab! Ja, ich weiß nicht, woher. Da kommt der Kahn, da kommen wir euch rein. Nein! Oh, oh! Nein! Nein, oh, oh, oh! Nein, don't, 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 don't! Nein, don't, don't, don't! Der Kraner hatte keinen nichts. Ne, ich bin schon am Halt. Ach du, rechts! Ja, wohl! Wo ist der? 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 Der ist weiter rechts gelaufen! Ich muss erstmal kurz nachladen. Also, da ist er, ich hab' Der, der hat durchgelaufen, den hatte ich gehabt. Ok, ich bin im nächsten Raum. Oh, oh, jesse Zweifel immer noch. Komm gleich, ich schlage erstmal nach. Da holt hier ein bisschen. Wo ist der? Da stand direkt einer neben dir! Was? Ich hab' gar nichts sehen! Hahaha Oh, man! Aua! What the heilige heilige! Was denn? Ach, vom Fenster schießen die noch was? Ja, 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 musst echt vorsichtig sein. Na, da hier überall! Boah, ey, aber darfst ja nicht rausgehen aus der Deckung! Ne, 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 ne! Boah, alter, alter! Echt! Oh! Ich bin schonmal eins weiter runter! Ok, ja, ich komm' jetzt! Besser! Na, sehen wir mal die große Bombe! Wo sind sie denn? Oh! 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 Okay, das ist gut! Ich bin schonmal an der Tür! Und öffne sie mit dem Messer! Sie ist blockiert! Oh, oh! Was für Fenster! Äh, die hier! Oh, ich häng am Stuhl. Oh, Entschuldigung, das war echt wieder. Ich hab jetzt aus Versehen auf dich geschossen. Ja, ja, ja. Versuch mal ein bisschen zu spotten. Ich bin hier auch gerobbt. Komm, wo ich noch? Ja, was ist denn mit Schaltung? Da hinten sind noch 2, 3. Schaff ich, schaff ich, schaff ich, und weg. Alter. So, jetzt geht's ab, jetzt hab ich die AK am Start. Kommt her, hier, Lutsche. Was ist mit der AK? Ja, keine Ahnung, hab ich mir jetzt mal so gedacht. Oh, 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 oh. Man sieht auch gar nichts, ey. Night Vision. Echt voll Duster. Ja, wir hoffen auch, dass ihr dann was seht, wenn wir hier so schon gar nichts sehen. Ja. Warte mal, ich bin mal grad zu frei und gehe einfach mal schnell in die Graphics. Wow, wow, da ist eine Granate, also muss dann irgendwo einer sein, oder? Ich muss nur mal schnell die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. Wow, wow, das hab ich jetzt voll geändert hier alles. Ich bin Treppen runter. Jo, ich bin gleich hinter dir. Wo ist denn die? Ich will mal eine andere wieder haben. Nee, nee, die will ich nicht haben. So, bin da, bin da, bin da. Gut. Die andere Tür, Bewegung! Du gehst runter. Nehm die untere Tür? Jawohl, ja. Gut. Tür auf, jetzt. Ja? Wisst du, eigentlich automatisch. Nee, oder? Ach nö, was ist denn jetzt schon wieder? Ich komm da auch nicht mehr raus. Ich komm auch nicht raus. Oooh, das ist doch nicht richtig. Ey, was ist das denn? Jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 ich bin down. Wie, wie soll ich, muss ich jetzt hier hochkommen? Ja. Wow, 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 wow. Ich geh Schuss in den Rücken. Ich versuch mal hier oben, soweit alles sauber zu machen. Komm zu, die Hälfte sind gleich da. Bleib hinter der Säule, bleib hinter der Säule. Ich misch nicht an die Wand noch. Ich bin ein Stückchen näher gekommen. Oh, 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 oh. Was? Alter, noch ein Schuss, ich bin tot. Okay, okay. Dankeschön. Bitteschön. Ah, die AK ist doch nicht so geil, wie ich gedacht hatte. Die sprayt ein bisschen zu viel. Alter, ich lieg auch von hinten. Boah, 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 was? Gibt's doch nicht, die sind hochkommen, die Schweine. Boah, alter. Ich hab nicht... Nein! Oh, Mann. Oh, Mann. Nein! Scheiße. Okay, sehen wir das? Sehen wir das mit dem Konsultieren und so? Ja. Es läuft doch. Ja, läuft, läuft. Läuft. Nein. Nein. Die ist... Bei allen Dingen, bring überall Claymos an. Ich hab eine. Scheiße, es geht los. Es ist halt... Äh... Warum? Kontakt im Eingang! Nein! Boah, ich bin down. Boah, ich bin down. Boah, ich bin down. Hahahaha. 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 Scheiße. Auf den Drechten Lachen. Hahahaha. Hahahaha. Wie scheiße das war. Hahahaha. Schön. Das war nicht scheiße. Das war super schwaße. Gekonnt. Doof. So, da haben wir ein Feinder. Was denn einmal explodieren? Mal gucken, ob da jetzt alle durchkommen. Unglaublich. Jawohl. Meine Claimer, meine Einer fast gezogen. Der ist noch einer. Was ist denn jetzt? Jetzt kommt hier keiner mehr durch die Tür, oder was? Ja, das ist manchmal ganz komisch. Huuu, hier ist doch eine... Oh, da ist er. Nein, wo... Jetzt, hallo? Hä? Da. Yes. Yes. PdWr. 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 Das ist cool, oder? Lauf die Tür auf. Ich bin schon im nächsten Raum. Okay. Wow. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Hä? Ich nehme jetzt auch nochmal PdWr mit 8 Schuss. Ich nehme jetzt den Schritt doch nicht. Mal lieber den, fang keinen, fang keinen, fang keinen, ist besser. Nein, das ist doch scheiße. Komm gleich. Jo, jo, kein Stress. Achtung, Granat ist bei mir. Ich bin keiner. Auf, doch da. Verdammt. Ja. Nein. Was ist mit fucking Battlefield oder was? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oh Mann. Ja gut, okay. Wir sehen uns gleich in der nächsten Aufnahme. So, da sind wir wieder. Netzwerk Gaming Bros für euch. Und mit dem nächsten Take versuchen wir uns jetzt mal hier durchzukrabbeln. Und für alle Leute, die denken, keine Ahnung was, dass wir es vielleicht nicht drauf haben, die haben recht. Und für die anderen, die denken, dass wir hier kein originales Spiel benutzen, informiert euch mal. Nur mal so, nebenbei. Was ist denn mit dem? Warum hast du den erschossen? Da lag der Claymore vor seinen Füßen. Tut mir leid. Nächstes Mal lasse ich alle leben. Ja. Jetzt kriege ich keine PdWr, Mann. Das ist scheiße. Ja, wieso tot ist tot? Wo ist doch trotzdem der PdWr? Ja, aber... Nee, ich mein einfach nur, jetzt hab ich halt keine PdWr von dem. Wenn die Hatter auch trotzdem da liegen müssen eigentlich. Nee. Liegt nicht mehr da. Oh, kacke. Was denn? Ja, ich hab den... Der hat eine Tür aufgemacht. Ich hab den abgeschossen und er ist nicht gestorben, weil er halt in der Animation war. Sorry. So war ich grad. Kein Problem. Kannst ja nicht wissen, dass ich da langlaufe. Rechts nicht. Kommt noch einer. Kannst ja geduckt laufen, dann kann ich ja wirklich drüber schießen. Richtig. Das war ja grad der Plan. Das Problem ist nur da die Fenster, ne? Die Fenster. Die bösen Fenster. Ja, ja, ja. Ich sehe keinen weiter. Wo ist denn jetzt hier? Ich brauch mal eine Pumpgun. Hier sehe ich keine. Dann guck ich mal, ob ich was in den Fenstern klären kann. Oh, was ist denn da? Wo ist denn da? Wo ist denn da? Ich tauch mal weiter. Oh, Alter. Das war ich gewesen. Sorry. Da ist wieder eine PDWL. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Hier ist es! Warum macht ihr nichts? Warum? Warum? Da ist noch einer durchgelaufen. Wenn ich Messer drücke, nimmt er das Messer in der Hand, aber er messert nicht. Jetzt, jetzt doch. Ganz komisch. Kannst du mal hinter der. Wow, wow. Granate. Durchlaufen. Nichts Granate. Lade nach. Aber man, ich will wieder eine mit Rotpunkt haben. Warte, ich bin gleich so weit. Okay. 12 Kugeln per Hand reinstecken, das dauert schon eine Weile, ne? Das ist vollkommen richtig. Oh Mann, ich hatte gerade eine PDWL mit Rotpunkten. Jetzt habe ich nur noch eine mit Kimme Korn. Ey, was denn? Die ist so geil, die Waffe. Verdammt. Nein, ich habe keine Deckung. Ich gehe in das Räumchen. Ja, in das Räumchen. Achtung, da kommt dann einer durch die Tür. Das ist mit ihm ja. Hallo? Er würde einfach gerade nicht sterben. Kommt manchmal vor. Rotiert. Rotiert, der Typ. Aber wir können weiter, glaube ich. Seid, alles clear? Oh nein, da oben. Alter, drei Granaten. Boah. Was sind die? Was hier los ist? Eine Action hier los ist. Action. Ich habe Action gehört. Action? Aktionen. Ohne Ende Aktionen. Hier ist ganz viel Aktion. Das hört sich doof an. Ach man, man kann gar kein Glas messern. Warum geht denn das nicht? Mach sie auf! Geh noch mal in die... Achso, oder hast du noch genug Muniz? Ich freue jetzt mal ein bisschen busy busy nachstecken. So. Ne, 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 ne. Hier ist ein AK, gell, falls du brauchst. Ne, ich habe hier... Deck die Fenster! Deck die Fenster! Ach, ich habe gar keine... Ach, ich habe gar keine... Die Rechtshunter. Oh, 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 das war nicht gut. Die Granaten machen kein Glas kaputt. Wie scheiße ist das denn? Ha, nein, oder wo hast du nicht? Doch. Hallo, das ist eine Granate. Die muss ich haben. Nein, verdammt! Ich habe dich gleich abgehört. Ha, 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 ha. Lösche. Was? Wo kommt der jetzt her? Die ist vorne doch hier auf dem Deckel. Ich bin down. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, halt dir den Weg frei. Das geht. Ich komme ein bisschen zu dir. Bin ich schon nicht da, bin ich schon nicht da. Es ist gut, dass ich mal bei dir so rumliege, da kann ich mal nachladen. Ja, mach das mal. Ich möchte mal gerne wissen, was das gerade mit dem Typ hier ist. Warte mal, war das ein SCAR? Ja, da liegt ein SCAR. Boah. Tausch doch mal direkt. Ja, man, über, gar nicht übertrieben oder so. Da ist so ein, was ist das? 3,4-fach-Zoom oder so müsste das sein. Bist du das gar? Ach nee, ich brauche auch mal... Ja gut, ich bräuchte vielleicht mal... Was haben wir denn eigentlich? Wir haben so eine SMG in der Hand. Wow, wow, wow. Oder? Das ist ein MP5 oder sowas. Diese Standard, die du von Anfang an hast, mit Schalldämpfe. Ja genau, der nehme ich mir doch mal hier... Komm mal bitte ein Stück zurück. Kann ich mir die Waffe nicht nehmen? Ach komm, lauf weiter. Was denn? Mach doch! Ja nee, es geht nicht, es geht nicht. Komisch. Warte, bis dein Teamkamerad in Position ist. Stand da. Gehst du wieder ganz runter? Ja, ich geh wieder runter. Ich hab wieder keinen Dings. Achso doch, ja. Ja, warte. Jetzt. Jetzt. Okay, okay, okay. Drück mal mal F. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt geht's, jetzt geht's, jetzt geht's. Boah, wie direkt vorne steht. Boah, eh nicht. Was war denn das für eine geile Action gerade? Das glaubst du mir nie? Nee, glaub ich nicht. Boah, was? Verdammt. Ja, ich versuch dir ein bisschen von Umdeckungsfeuer zu geben. Ah, Alter, die gesamte Cheatung. Ich bin tot und ich hab die... Alter, ich bin tot und ich hab die Pumpkin in der Hand. Was ist denn hier los mit dem Spiel? Ja, ich glaub, das ist immer ein bisschen buggy, ne? Jetzt kann ich nicht nachladen, weil ich... Ja, ja, ich weiß. Alter. Ich hab keine Nachleiseanimation. Boah, 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 boah. Ja, ich bin, ich bin fast da. Ich bin down. Fuck. Alter. Ja, da waren zu viele gewesen. Ja, ja, klar. Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Der Entfernung ist halt auch ein bisschen schlecht zu ziehen. Ja, scheiße, ja. Aber das war grad so geil da oben, ey. Das war so geil. Ich renn hinter die Säule, leg mich hin, ja. Will zielen, pack dir erst mal das Zweibein vorne aus. Drück drauf und mach drei Double-Kill halt einfach, ja. Die krieg ich nie wieder, die Ska. Mann. Okay, ich deck hier die Tür, falls du da wieder durchkommst. Ah, diesmal kommen sie durch, ja. Ja, weil da... Die kommen immer woanders, da. Das ist voll dumm. Mal gucken, ob sie jetzt allerdings dabei haben, PDWR. Ah, MP7. Und MP7. Mist. Ich kann mir die Usas nehmen, ne? Ich nehme mir die Usas jetzt erstmal. Oh, oh, hui. Usas ist auch cool eigentlich. Machst du die? PDWR! Yeah! Mit Rotpunkt. Uhuhu. Red Guide lost. Mach, mach, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Achtung, hinter mir ist eine Granate. Jetzt. Oh, Granate. Boah, die ist gut geschmissen. Die ist richtig gut geschmissen. Alter, 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 alter. Komm zu dir. Das ist jetzt scheiße, ja. Komm zu dir, warte, warte, warte. Nein, würdest du mal deinen Arsch hier erschwingen? Ja, ich komm doch schon. Er, er sagt das halt zu mir. Ach so. Bist du mal deinen Arsch hier erschwingen? Ich sterbe hier! Könntest du dich mal beeilen? Sniper mit der Pistole. Jawohl. Alter, ich bin gleich wieder tot. Egal, Alter. Mann, da fehlen mir die Worte. Bist du schon wieder tot? Nee. Gieß mal nicht. Jump dann über den Tisch und direkt ins Haus, äh, direkt in die nächste Wohnung. Ich will ja erstmal die RSMP5 wegmachen. Ach. Bleibt der da auch stehen? Mit dem Gang. Ja, ich dachte hier ist frei. Nee, Alter. Hier, wo war doch eben nur ein PDW? Äh. Wo ist denn die hin? Soll ich. Wo ist meine Usas? Der, du, da, wo? Usas, hier ist die Usas und hier ist die DAT. Die DAT ist hier die OMP. Die? Echt? Also hier ist eine Usas und eine DAT. Was? Wo? Hier ist Usas und DAT. Hier ist eine DAT. Hier ist eine DAT. Mit Quetsch-Krummel. Hier habe ich beides... Au, 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 was? Ich nehme jetzt die einfach und... Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen was schießen kann. Bist du auch hier oben? Nee, 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 ich geh runter. Ich geh... was? Ach. Ich wollte mal gucken, was du hier oben immer so machst. So, ja, die zwei da unten. Ich geh hier oben an die Seite rein. Ja, mach das. Läuft, 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 läuft. Läuft, läuft, läuft. Und hier? Hier ist noch eine PDWR wieder, ne? Ja, sieh nach. Ich komme gleich, ich komme gleich. UMP ist eigentlich ganz... ganz nett. Da oben sind zwei an Granaten. Höhme mir den da oben. Wirst du nicht die PDWR haben? Ganz dreckig im Rücken geschossen. Boah, ich hab die Waffe. Hauptsache, ich krieg gleich wieder meine Scar mit zweieinhalbfach. So, was ist denn hier? Aschloch. Hab ich dich getroffen, Zeug? Jaaaa. Das war nicht verpflichtig. Jaaaa. Heute hätte ich nur lautstab beweisen, was ich jetzt für eine Waffe habe. Mach sie auf! Mal erstmal nachladen. So. Sie haben auch voll. Alles klar. So, das liegt mir noch schönes. Geht schon los? Ja. Ich hab bei der vorne eine Clamer und einen Mitten in den Gang gelegt. Sperrfeuer! Sperrfeuer! Verdammt, tot! Sperrfeuer, tot! Ich wurde ausgesperrt. Okay, dafür hab ich auch fast alle erstmal so erledigt. Da kommen noch welche. Soll ich zu dir hochkommen oder kommst du zu mir hoch? Ja, aber guck mal, dass du hier hochkommst. Okay. Das ist doof, weil das immer nur seitwärts kriechbar ist. Jaaa, Moment. Lass mich halt nochmal zwei, drei wegmachen, ich sterb hier sonst vielleicht. Hey, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin auch gleich weg, ich bin gleich weg, verdammt! Was? Boah! Scheiße, eh nicht! Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, ich kann da nicht drauf machen. Oh mein Gott, wie wir hier fehlen, Alter. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Wieso sind wir zu doof.